Hallo und herzlich willkommen zurück, oder ja, ich weiß nicht, zurück, ja, eigentlich schon, ne? Zweite Staffel, Seven Days, Tobi. Hey, sieben Tage die Woche. Ja, hallo, ich weiß überhaupt nichts mehr. Ich hab keine Ahnung mehr, wie das alles geht, Tobi. Kannst du denn, dass das noch der Charakter von damals ist? Nee, so hab ich nicht ausgesehen. Nee, glaub ich nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich so aussah. Also, ich seh halt aus wie so'n, weiß ich nicht, wie'n Sheriff, der leichte Probleme hat, über Dinge nachzudenken. Ich glaub, das ist genau der Charakter von damals. Ja? Ja, ich glaub schon. Oh Gott. Oh Gott, das wird alles nicht besser, was ich hier mache. Ich find Klamotten, Tobi, und die sehen auch alle kacke aus. Mit rechter platzieren. Hä, warum hast du Platz gelassen, Tobi? Ach, wenn ich Durchfall habe. Ich hab da drüber Wasser getrunken können. Achso. Du hast mir wahrscheinlich ganz recht, dass ich da ein bisschen Abstand halte. So, wir müssen Schilderpflanzenfasern sammeln. Was geht los? Okay, Tobi, ich warte unten. Tobi? Ja? Hier unten liegt ein Muskelshirt für dich. Hier. Geil. Zeig mal bitte. Kann ich das anziehen? Ich will deine Nippel nicht sehen, weil auf Dauer erregt mich das zu sehr. Und aus dem Stechen, die mir dauernd ins Auge. Ja, nein, hey, Tobi, du bist ja auch ein Urlauber. Oder wie ein Typ, der nach dem Studium nichts bekommen hat und viel zu spät aufsteht. Oh Gott, der hat sein Gesicht verloren. Das sind nur noch Knochen. Oh. Ähm. Entschuldige, ich habe meine Kraft nicht unter Kontrolle. Ich, äh. Ja, der hat sein Gesicht verloren. Aber jetzt ist es noch schlimmer, glaube ich. Der weiß nicht, ob das schlimmer ist. Ach, der ist schon. Ah, ah, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was ist das denn, Tobi? Ich komme nicht hier hoch. Jump einfach dran. Boah. Was war das denn? Das war der Bär, Erik. Alter, ich will schon. Der hat immer damals die Melkmaschine gesteckt. Ja, ich glaube auch. Der will mehr. Hast du einen Schuss da drin? Ja. Setz ihn mir. Warte kurz. Ist gerade kaputt. Warte. Siehst du die Animation? Ja. Cool. Eiskalt, ohne nachzudenken. Alles klar. Hast du noch Pfeile? Nee. Ich bin tot. Aber ich habe noch auch rumgehoben. Boah, Alter. Hat der mir einige klatscht gerade? Alter. Hey, Tobi. Ja. Alter. Oh. Der ist nicht gesprungen. Der ist aber nicht gesprungen. Wer ist denn schlauer, in deine Richtung darüber zu springen? Da, wo die Balustrade ist? Können wir auch probieren. Soll ich nochmal rausgehen? Oder soll ich zuerst springen? Spring ruhig. Ja, Eier hat zu Hause vergessen? Ja, ich bin der Tobi. Ja, schönen guten Tag, Erich. So sind wir auch schon wieder zurückbauen. Auf einer weiteren Folge von Seven Days to Die. Tobias! Tobias! Ich gehe den Schatz suchen. Hilfst du mir mit der Wäsche? Was ich den Schatz suchen? Die kriegt das gar nicht mit. Tobias! Oh, nee. Tobias! Ich bin eine Baumwollpflanze. Tobias! Oh Gott. Ich glaube, der Blutwohnen ist das kleinste Problem auf dieser Welt. Oh, das ist aber schön. Ach so, okay. Ähm. Hä? Erik, das ist, äh... Tobi, ich kann das. Ich kann das, Tobi. Vertrau mir einfach. Wie hast du das hingekriegt, Herr? Ich kann das. Ich kann aber die Sachen so drehen. Hä? Ich kann das einfach. Wo waren denn die Sachen? Ach, in der Essenskiste. Ich bin immer dumm. Erschieß mich. Hä, warum? Ich wieder, ich habe schon wieder tierischen Hunger und ich bin krank und ich, äh... Äh... Das Gejaule kann ja keiner ertragen. Vor allem greifen Wölfe Menschen Häuser an. Du bist echt sauer, ne? Ich glaube, das war der Wolf von vorhin. Oh, Entschuldigung. Ah, ich wollte... Schlittwunde. Was war denn das? Oh, ich sterbe. Was? Ich sterbe. Ich verblute. Ich verblute. Ja, du bist halt Errungenschaft freigeschaltet, Julius Cäsar. Was? 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 Wie haben wir abgestochen? Du bist mir voll reingelaufen und der fängt auf einmal wie so ein Berserker. Der fängt ja wie so ein Berserker nicht reinzuschlagen. Bei der Leiche war das nicht so, das war nur bei dir so. Ja, das ist halt wirklich so. Du bist doch immer voll schnell gewesen. Entschuldigen Sie bitte, das muss ja... Ich hab hier echt so... Ähm. Ähm. Kann ich das nicht? Bitte einmal... Ich geh einfach. Ich geh einfach. Tobi, frag bitte nicht. Mhm. Es war uns beiden unangenehm. Okay, das ist klar. Das ist klar. Alter. Voller Wummsprügel. Was ist da los? Tobi, wir frag uns, warum wir hier nichts hinkriegen, weißt du? Ich bin so schlau, ich wollte extra zum Wasser gehen, um Wasser zu holen. Was ist das Einzige, was ich nicht gemacht habe? Wasser zu holen. Ich pack mal Kleber, ich pack mal den Kleber zur mechanischen Komponente, ja? Komm. Ja. Mach das mal. Gut. Gut. Warum lachst du denn so? Das passt gar nicht zu dir so zu sprechen. Komponente, das hört sich irgendwie so hessisch an. Das passt gerade nicht. Komponente. Jetzt fände ich mir Erik gerade auf dem Bau vor. Nein, mach das mal lieber nicht. So, wir haben auch noch... Fände ich mir Erik gerade im Bau vor. Ja, das wird irgendwann passieren. Wenn die Steuer mir auf die Spur kommt, Tobi. Nein, liebe Steuer, da ist alles in Ordnung. So, puh. Wie nennen wir das Loch? Hannover. Komm, Erik. Ich dachte vielleicht, der kommt auf den offensichtlichsten, aber der ist vielleicht auch zu low. Was wäre denn das offensichtlichste? Hermine. Aber lassen wir das. Also, ach so... Gut. In Zusammenhang mit deiner Formulierung der Frage, hätte ich das nicht sagen können, weil werde ich sofort auf Twitter gecancelt. Wieso? Wie habe ich die Frage gestellt? Wie nennt man das Loch? Oh. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht dran gedacht. Oh Gott. Du verstehst, Tobi. Du verstehst, warum es so dobe Idee ist. Tobias, ich komme. Ich wurde auch nur ein bisschen gebissen. Tobias. Ich stelle Licht ausmachen, der Kopf. Tobi. Tiiiii. Tobiii Tobias Tobias Tobiii Tobiii Wieso mach ich unser Haus kaputt? Tobiii Ich bin heiser Es war ne sehr kalte Nacht Tobias Schön, dass ich wieder zuhause bin Weil das Problem ist, ich bin leider lange Zeit weg Einfach weg Tobias Was mach ich denn dann in der Zeit montags immer? Einfach mal die Eier baumeln lassen Geil, da guck ich mir alte Folgen von uns an und fummel mir ein bisschen am Sack rum Ach, das ist die Einstellung Tobi Das ist einfach die richtige Einstellung Mach ich auch manchmal Ich guck mir alte Folgen an und fummel dir am Sack rum Was? Was? Moment, weird Was? 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 Was?